Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Curvo Space Program. Ja, wir haben in den letzten zwei Folgen versucht einen Bomber zu bauen, der am Ende gewackelt hat wie ein Arsch-Ochsen-Schwanz. Und heute werden wir uns mal auf kleinere Raketen wieder versuchen zu spezialisieren, die aber trotzdem den Orbit schaffen können. Denn wir haben viele große Raketen gemacht, aber ich denke, wir können auch mit kleineren Raketen relativ viel erreichen. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen verzettelt. Und deswegen wäre heute meine Idee, einen Satelliten oder eine Rakete zu bauen, die auf kleinere Sachen setzt. Und vor allem würde ich gerne einmal, wo war es denn, in dieses Triebwerk hier sehen, das hier probieren. Das schaut nämlich nach einem sehr interessanten Triebwerk aus. Das sind 4000 Meter pro Sekunde bei dir? What? Da wollen wir mal eine 5-Rakete. Ich würde mich mal hier auf alte... Ich will das nochmal kurz mal probieren, weil das interessiert mich jetzt gerade. Äh, Procedural Wing Super Sonic. Wir gehen auf ganz dünn. Lenk von da drin und dann schauen wir uns das ganz immer näher an. Mal ficken, das wird ein bisschen hoch oder so. Okay. Das Triebwerk schaut nämlich sehr, sehr interessant aus. Hier können wir auch noch ein bisschen was reintun. Dann tun wir dich mal leicht rotaten. Und schieben das so rein. Dann kommt noch ein Tipp drauf. Jetzt brauchen wir noch einen passenden Tipp in dem Fall. Dann machen wir die Standard-Tipp drauf oder so. Ein bisschen in der Länge hochdrehen. Und dann setzen wir unten mal eine Halteranschein. Dann gehen wir auf Simulieren und schauen wir mal an, wie heftig dieses Ding fliegt. 4000 Meter pro Sekunde hat das. Das ist schon ordentlich. Also das ist echt ordentlich. Erstaunlich. Wow, okay. Okay. Das hatte ich eher irgendwie weniger erwartet. So ein heftiges Teil. Gut. Dann. Insufficient resources to ignite. Fehlt Strom? Obwohl, das ist jetzt... Ja, okay. Können wir nicht gleichzeitig die Kappel. Weil ich den Strom vielleicht als erstes. Und dann versucht er zu feuern. Und dann geht's nicht mehr. Maybe. Maybe. Schaut mir nicht nachher. Wie sieht ein sehr interessanter Triebwerk aus. Das könnte jetzt sehr interessant werden. Schauen wir mal was passiert, ich bin gespannt. Das war jetzt der halbe Tank, wir sind schon bei 16.000 Karte, was sagt der Periabs? Ich darf nichts mehr drücken, weil ich habe keine Steuerung mitgenommen. Das macht es ja quasi nur noch spannender. Und das Triebwerk soll ja besser sogar noch sein im Weltall. Das finde ich ja umso spannender. Okay, jetzt hat er aber raus noch, okay. Schauen wir mal wie hoch das Ding fliegt. Das war jetzt quasi nur eine Brainless-Rakete. Okay. Das ist Heavy. Wir sind ein bisschen über den normalen Runtime drüber geschossen. Aber ansonsten... Holy Shit. Das Ding ist stark. Gebt euch das. Wie hoch geht denn das jetzt noch? Okay. Also 600.000 hat dieser kleine Knüppel hier geschafft. Jetzt müsste er dann gleich umdrehen, denke ich mal. Wäre interessant, wenn er so runterfliegen würde jetzt. Schaut aber sogar so aus. What? Hauptsache der Tank überlebt's. Hä? Wie langsam wird so ein Tank? Der rotiert noch sehr sehr schnell. Wenn du dir das anschaut, wie schnell der sich rotiert. Okay. Fahrzeugbau zurücksetzen. Huge! Ist das dumm. Aber interessant. Jetzt hätte ich mal gern zum Vergleich öffnen. Nicht speichern. Die Boutareng. Nehmen wir die hier. Abbrechen. Warte mal. Ich würde gern verbinden. Okay, sie ist jetzt auch nicht so wirklich klein. Im Gegensatz zu dem hier. Aber wenn ich mir das so anschaue. Neben den Oberteilen. Könnte das sehr sehr spannend sein. Um Sachen oder Steuerungen hoch in den Orbit zu ballern. Aber designen wir dazu, würde ich sagen, was komplett neu ist. Wir nehmen das als Oberteil. Wie viel hast du hier drin an Gewicht? Sechs Tonnen. Also brauchen wir hier ne... Kann ich die anfassen? Ne. Das geht eigentlich auch nur echt die hier, ne? Ich bräuchte für, sagen wir mal, sieben Tonnen hier ne Steuerung drin. Mit 50 AC und null davon. Appliant Resize. Dann machen wir die Länge noch ein bisschen höher. Und wir werden hier rein noch. Wo war das hier? Tank UI. Würde ich hier unten nämlich... Für die erste Testrakete... Ähm... ACS-Steuerung rein wollen, sozusagen. Die dann damit im Weltraum steuern kann. Was ist Fressen denn die? Kann man den nicht die Größe ändern? Das ist das Problem. So... Was fressen die jetzt? Kann ich das noch einstellen? Ohne Extras gekapselt? Ohne Extras. So... Engine. Switch to Helium. Switch to Nitrogen. Jetzt haben wir Nitrogen da drin, sozusagen. Jetzt haben wir Nitrogen da drin, sozusagen. So... So... Top machen wir dicht. Die Länge drehen wir hoch. Dann machen wir da draußen... High Pressure Tank. Und ein Nitrogen. Mein Gott. Natürlich tauschen wir von hier nach hier, weil das ist jetzt die Neustauern. Dann brauchen wir einen... Dicoupleur. Und darunter hätte ich gerne so eine... Interstage. Nine and Thrust. Bushido Firing. Interstage. Hörbisch. Dicoupleur. Desnode decouples. So, ich würde... Base auch auf zwei Meter runter setzen. Dann die Hight ein bisschen runter drehen. Hoppola. So. Ein bisschen hoch wieder. Extra Height, wenn ich dann hier eine Fearing Recover drum mache, kann ich hier den Top noch einstellen. Perfekt. Dann probieren wir das nicht jetzt so mal. Isabel Tank. Zwei Meter. Dann kommt dazwischen noch ein Avionics Modul. Hallo, ich will das andere einstellen. Hallo. Gut, und da stellen wir jetzt noch mal ein bisschen so an. Das finde ich jetzt zum Beispiel schon gut. Komm mal Edge. Auf wie viele Tonnen sind wir gerade? 27 Tonnen. Nice. Dann wieder eine Inter-Stage. Disnode Decouples. Dann tun wir die Height runterdrehen. Drei Meter die nächste Gruppe. Extra Height. Auf zwei Meter runter. Wir kopieren einfach das da. Zack. Und hier setzen wir dann noch eine Stage ein. Isogrid. Drei Meter. Und da kommt ein Triebwerk drunter oder sowas. Das haben wir nicht mehr so schön. Sowas hier zum Beispiel. Haben wir schon unlockt. Was kostet denn jetzt schon wieder so viel zum Unlocken? Bui oder was? Ich hätte ihn noch gar nicht unlockt. Okay, dann setze ich das drunter. Das ist jetzt eine Rekete mit 99 Tonnen. 99 Tonnen. Das ist schon annehmbar eigentlich. Das kriegt natürlich jetzt nur Flippy Flaps und alles. Zur verbesserten Steuerung. Der Steuerungskomputer wiederum hier oben soll auf 100 Tonnen ausgelegt werden mit 500 EC. 500 habe ich gesagt. Und eins davon. Apply and resize. Gut. Bist du für die 100 Tonnen ausgelegt? Richtig? Richtig. Gut. Jetzt sind es 101 Tonnen. Dann halt 107 Tonnen. Ist doch wurscht. Resetize to fit. Gut. Gut. Und dann setzen wir drunter mal ein simples Launchpad. An die Warnung. Die Fliegen für Allmoving Supersonic. So. Okay. Relativ simpel das Ganze. Gut. Okay. Startrampe, 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 Startrampe. Wo sind die wieder? Ich verliere die immer. Gut. Gut. So. Einmal simulieren. Schau mal wie das Ding fliegt. Das könnte sehr sehr interessant jetzt werden. Vor allem mit der letzten Stage mit RCS. Ich denke, damit können wir halt das Ganze viel besser unter Kontrolle kriegen. Das machen wir jetzt noch. Einmal wenigstens im Flugversuch. Sonst könnte man vielleicht oben einen kleinen Satelliten draufsetzen. Der dann rausgeballert wird mit der dritten Stage. Ich bin mir gar nicht sicher, aber SpaceX-Raketen gleich sind zweistufig, ne? Aber die sind wahrscheinlich auch fucking overbuilt. Ich glaube, dass die voll overbuilt sind mittlerweile. Gut. Wo wird denn das RCS eigentlich gezündet? Mit der letzten Stufe mit. Mit der Trennung. Gut. Dann. Let's do this. Viva's? Viva's? Dann halt bye-bye. Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden. Ich muss noch weiter optimieren. Ist gut, ist gut. Ja, das wäre simpler. Wie dumm war das denn? Okay. Das war unerwartet. Aber ich hätte auch vielleicht hier hingucken können. Da steht's ja. Ich glaube, wir wollen zwei Triebwerke von dir. Oder gibt's Triebwerke, die da besser für geeignet sind in dem Fall? Du hast... Du hast... Da sind wir schon eher dran. Heilige Scheiße. Ah, da müsste man die ganzen Tanke wieder verkleinern, ne? Da hier mit da... Dann gehen wir auf 2,5 mal runter, würde ich sagen. Dann können wir die Base-Seite auch auf 2,5 runtersetzen. Dann schaut das Ganze schon besser aus. Aber Leute, ich würde sagen, wir nennen das mal... Das Spear oder sowas. Das Spear. Speichern das. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir das Spear mal starten. Schauen, wie weit die Rakete kommt. Und insgesamt hat die wie viel... Eigentlich zu wenig, ne? Eigentlich zu wenig, wie es ausschaut. Aber ich hoffe mal, dass wir es trotzdem hinkriegen könnten. Weil oben hätten wir fast 4000 Meter pro Sekunde im Vakuum um. Aber ja. Das wird man alles sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao. Ciao.